Hallo, ich bin Holger von ScreenTravel und ich möchte euch gern unser Projekt für einen umweltfreundlichen und nachhaltigen Urlaub in Nova Scotia, Kanada etwas näher bringen. Wenn man mit Bekannten, Freunden oder Verwandten über Urlaub spricht, hört man oft die Worte nachhaltige Eindrücke. Ein schöner Urlaub hinterlässt ebenbleibende Eindrücke. Und das soll er auch. Allerdings hinterlassen wir dabei auch bleibende Eindrücke oder besser gesagt Abdrücke auf einer ganz anderen Seite, nämlich auf Seiten unserer Umwelt und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Diese sind leider meist im negativen Sinne nachhaltig. Für diese von Menschen gemachten Abdrücke in unserer Umwelt gibt es einen Begriff, ökologischer Fußabdruck. Seit einiger Zeit schon haben wir uns Gedanken gemacht, wie man Urlaub für beide Seiten, die Reisenden und unsere Umwelt positiv nachhaltig machen kann und somit den ökologischen Fußabdruck eines jeden verringern kann. Wir wollen den ökologischen Fußabdruck eines jeden Einzelnen im Bereich des Reisens deutlich verkleinern. Es ist definitiv möglich, auch im Urlaub unsere Umwelt möglichst wenig zu belasten. Dies kann man schon mit kleinen Veränderungen bewerkstelligen, so zum Beispiel mit unserem Projekt. Auf einem idyllischen Stück Land, an einem See nahe des Prador Lake in Nova Scotia, Kanada, wollen wir ein Ferienhaus für bis zu sechs Personen errichten. Das Haus bestehend aus zwei getrennten Schlafzimmern, zwei Bädern, einem großen Ess- und Wohnbereich sowie einer voll ausgestatteten Küche wird alle benötigte Energie mit Hilfe von Photovoltaik und Windkraft selbst produzieren und so zu einem kleinen Kraftwerk für erneuerbare Energie. Zusätzlich werden Mountainbikes und Kanus kostenlos zur Verfügung stehen. Wir wollen den umweltfreundlichen und nachhaltigen Urlaub ohne Einbußen für jedermann erschwinglich machen. Und all das in einem Land, welches für seine spektakuläre Natur bekannt ist und zum Erkunden einlädt. Entdeckt die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt oder lehnt euch einfach zurück und genießt den atemberaubenden Indian Summer. Jede Jahreszeit hat hier etwas Besonderes. Jeder, der uns unterstützt, sei es mit einem noch so kleinen Betrag, wird dafür auch etwas zurückbekommen. Zum einen natürlich das gute Gewissen, das Richtige zu tun. Außerdem bucht ihr aber lediglich einen Urlaub für euch und oder eure Familie und Freunde im Voraus. Zum Vorzugspreis. Helft uns, diesen Traum wahrwerten zu lassen. Uns zu unterstützen ist keine Geldverschwendung. Geld für unsere Umwelt kann nie verschwendet werden. Überzeugt? Zusätzlich werden wir für jeden Tag, an dem das Haus vermietet ist, fünf kanadische Dollar für Umweltprojekte spenden. Wir freuen uns auf zahlreiche Unterstützung eurerseits. Und wir versprechen euch, dies wird nicht das letzte Projekt dieser Art von uns gewesen sein. Wir haben euer Interesse geweckt oder ihr wollt noch mehr über unser Projekt erfahren? Schaut doch einfach auf unserer Internetseite vorbei. Danke für euer Interesse und eure Zeit. Bis bald!